Okay, komm, wir packen die Ulti aus. Ja, er packt da gerade seine Gegen-Ulti aus. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Ja, holen wir doch mal Kronos dazu. Und dann warten wir noch 200 Credits ab. So. Sechs Sekunden, dann geht's wieder weiter. 2, 1... Sorry, ich habe gerade nebenher noch kurz Nachricht geschrieben, um herauszufinden, warum ich denn eigentlich vorhin gemenschen wurde. So. Können wir mal hier ein bisschen... Mein Team wurde wieder gewibed. So was. Leider hat das jetzt nicht genug. Regroup. Ich glaube, regroup wäre tatsächlich irgendwie so ein bisschen... Aber die stehen halt mit zu vielen Helden eigentlich gerade auf dem Punkt. Ja, hier kommt unter mein Schutzschild. So, Androxus rennt hier auch irgendwo in der Gegend rum. Da holen wir doch mal Sky kurz her. Ja. Hm. Schade. Ah, dann kriegen wir jetzt so wieder einen Punkt. Da haben wir den Hut verkackt. Oh, wer schiebt denn? Wer schiebt denn dagegen? Ah. Oh, die abgebrochen. Komm, dann schiebt wir mal ein bisschen wieder. Scheint gerade ein bisschen nötig zu sein. Nachladen. Und wieder beten. Oh. Sky irgendwo. Und irgendwo ist Mei. Überwegs. Na, verdammt. Da sind sie durch mein Schild durch. Interessant. Ich hatte irgendwie Ying nicht auf dem Radar, dass sie in meinem Schild drin ist. Okay, Ying will die ganze Zeit regroupen. Dann nutzt doch den verdammten Voice Command dafür. So. Schiede mal. Komm hier. Ich werde nicht sterben. Nicht yet, amigo. Nicht so. Nicht so. Wir sind stärker zusammen. So. Und weggeschoben. Ich fühle mich. 30 Sekunden. ach verdammt aber gut wenn es nicht sein muss über eine verteidigung gibt mir keinen punkt das heißt wenn es sein mussten machen wir das gleich einfach auf den punkt aus ok warte mal wir suchen jetzt mal nach die fans ne wie wie die vv v fahrer 3 2 3 4 4 5 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 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 9 10 11 11 15 15 15 dass irgendwer auf dem objektiv steht und könnte hagen mal bitte nicht immer diese umständliche route vorreiten das wäre total super ich habe das sehr viel gekriegt aber wir sind auf punktschillen geblieben und wir haben halt eben Dings weggeshieldert. Die... Gut, gerade nimmt keiner einen Punkt ein. Komm, wir sollen es jetzt auch mal hinkriegen, ey. Okay, jetzt facke ich meine Ulti aus, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch. Fucking Nash. Natürlich. Natürlich. Das könnten wir sogar noch verlieren, ey. Ja, das haben wir noch verloren. Mist. Da habe ich meine Ulti auch verkackt, muss ich zugeben. Ich habe einfach nur dumm rumgefuchtelt jetzt. Das war schon ziemlich scheiße von mir. Schande über mich. Genau, dann hier mal ein Ult hingelegt. Gut, drei... Zwei Leute geslayed. Eine Elimination, glaube ich. Aber gut. Das kann sich bei mir keiner beschweren, dass ich irgendwie zu wenig Objective Time gemacht hätte. Knapp 500. Und, ähm, ja. Sieht mal an den Credits. Also prinzipiell haben schon wir irgendwie besser gespielt. Elimination ist gleich eigentlich ähnlich. Diesen Merk gestorben. Wir sind einfach nur in den falschen Momenten komplett gestorben. Das ist halt das Ding. Und der gegnerische, äh, äh, hier, Dings, der hat ja mal echt krass was weggeschildet. Ich bin mir fast sicher, dass keiner von unseren Damage-Dealern auch irgendwie nur Wracker hatte. Gut, normalerweise holt man es... Ja, okay, man holt sich bei... Bei ihm kann man sich schon mal so einen Wracker holen eigentlich. Hat ja doch recht häufig gespielt. 82.000. Das heißt, ich habe einen Damage-Dealer outdamaged. Und auch den anderen Damage-Dealer fast outdamaged. Ja. Die waren jetzt nicht so nützlich. So, während das hier lädt, schreibe ich mal kurz hier noch nebenan. Ähm, genau. Ich glaube, Lord Lux. So, und... Hm, interessant. Wir haben noch kein neues Spiel. An der Angel. Hören gerade die Leute auf, oder was? Ähm, ja klar, auch können wir nicht... Hättest du es jetzt noch eine Sekunde vorher gesagt, ähm... Hätten wir nicht direkt ins neue Match mitnehmen können. Wir können nur hoffen, dass irgendwer nicht annimmt. Ähm, äh, äh, warte hier, aber Charlotte. So, äh, aber du kannst mich ja schon mal adden. Also hier, geh ruhen. Ah, okay. Genau da, wo mein, meine Webgame ist. Ähm, kannst, äh, mir einen Friend-Request schicken. Ähm, genau. Und dann... Dann können wir mal zocken. Und... Oh, Gott, nein. Kein einziger. Super. Wenigstens Sobolo hat noch einen Heiler genommen. Ist wenigstens etwas. Ja, Servus, Lord Lux. Sie haben eingeschaltet. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Äh, ja, vorhin. Aha, okay. Okay. Ähm. Genau, wir haben jetzt hier mal dieses Grounded Deck. Genau, du hast mich anscheinend vorher beim Disco Mike gemenschened. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab das gerade... Ich hab vorhin das nur so gesehen. Plötzlich hier so Gerunen-Fragezeichen. Von Lord Lux. Und es war aber nicht in meinem Kanal. Und dann hab ich nachgeschaut. Es war tatsächlich halt beim Disco Mike in der Runde. Ähm, im Stream. Genau. Genau, und was ich mein hier. Du siehst ja hier, ähm, Index, äh, dass hier der Kreis sich schließt. Und hier, wenn er zu dem Punkt zusammen ist, da ist der Schuss am stärksten. Nein, gemenschened hast du mich nicht. Aber gemenschened hast du mich. Oh, ja. Oh, von hinten. Ah, okay. Naja, fliegt relativ weit schon so. Also, keine Ahnung, kann ich mal was... Achso, jetzt genau. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man sich einfach hier ein bisschen bessere Schusspositionen raussucht. Und zwar, zum Beispiel diese hier. Na, komm Cassie. Ne. Und... Verdammt. Ja. Geht, geht. Ich kann das trotzdem identifizieren. Am besten ist natürlich, wenn du einfach... Wenn die Leertaste nicht funktioniert, Verwende einfach Großdruckstaben. Dann kann man das eigentlich auch trotzdem ganz gut lesen eigentlich. Ah, okay. Geht, geht. Geht, geht. Geht, geht.